Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch über das kommende Hochzeitspack sprechen. Denn gestern kam ein Leak, beziehungsweise mehrere Leaks. Und wir hatten ja schon in diesem Road-Dingsi... Moment, das kann ich euch ja einmal zeigen. Wenn wir hier sind... Ah, es ist nicht mehr angeheftet. Verdammt. Aber hier, Simping to Celebrate. Dann haben die ja hier stehen hier... A Gamepack that throws a party for love. Da haben wir ja schon alle gesagt, ja... Das wird irgendwas mit Hochzeit sein. Hier steht auch Wedding Gamepack. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt haben wir gestern ein Leak bekommen, wie denn das Cover-Art aussehen wird. Und das ist halt dieses Render, was sie da halt ein bisschen verändert haben. Hier ist nochmal das Render richtig. Also das wird das Cover-Art sein. Ich finde das Icon richtig süß. Not gonna lie, so ein Hochzeitskuchen einfach... Ah! Und ich finde die Sachen, die man hier sieht... Ich bin richtig excited, Leute. Ich war schon gespannt darauf. Weil meine Hochzeiten... Also ich spiele Hochzeiten ja schon ausführlich, wenn ich Hochzeiten spiele. Und deswegen freue ich mich... Habe ich mich schon da gefreut, als halt gerade gesagt wurde, hier Party for Love, bla bla. Das ist dann das Cover-Art. Und das sieht halt richtig schön aus. Also die Sachen hier... Dieser Schleier... Ich weiß nicht. Also Lizzymsi hat das auch schon gesagt. Ich habe nämlich das Video von ihr von gestern auch schon gesehen. Ich nehme das hier live auf. Also es kommt ein paar Stunden später, als ich es aufnehme. Aber... Weil ich habe eigentlich erst etwas anderes aufgenommen. Aber es hat nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich halt gesehen, dass das hier geleakt wurde. Und dann dachte ich mir so, okay, dann kann ich auch kurz meine Excitenesses hier mit euch teilen. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich. Also die Sachen... Also dieser Schleier ist hübsch. Und wie gesagt, der Simzy hat gesagt... Ja, eventuell ist das halt mit den Haaren. Weil irgendwie bei einem anderen Bild, was schon geleakt wurde, ein Screenshot... Dass das halt auch wieder mit diesen Haaren ist. Wir werden sehen. Aber auch so finde ich das cool. Und dieser Anzug ist voll hübsch. Und das Kleid ist richtig hübsch. Und die Haare und... Ja, also alles, was wir hier sehen, dieser... Wie heißt das? Hochzeitsbogen. Ist auch richtig hübsch. Und ich bin richtig, richtig ready. Wahrscheinlich kriegen wir eine neue Welt. Weil das sieht halt nicht aus wie Susolani. Aber es ist halt schon ein Strand. Imagine, was man für eine coole Hochzeitslocation... Wo man dann halt... Also die Leute in der Galerie bauen werden und so. Die man dann nutzen kann. Ich bin schon richtig bereit dafür. Einfach dann wieder meine Sims so wunderschön heiraten zu lassen. Ich finde halt nur den Namen My Wedding Stories. Das klingt in Englisch schon richtig kacke. Not gonna lie, aber in Deutsch wird das nicht besser werden. Weil wir haben schon Namen gehabt. Genug Namen, die wirklich nicht gut klingen. So, und hier haben wir dann direkt den nächsten Post. My Wedding Stories First Screen und Features. Da gucken wir natürlich auch mal rein. Oh, hier steht schon Key Features. Get ready to party. Da ist so viel, was man planen muss. Engage mit Dinner. Was ist Rehearsal? Es gibt wieder Junggesellen in Abschied. Oh mein Gott, ja! Also ich bin persönlich im Real Life gar nicht mal so Fan davon. Aber trotzdem finde ich es fun, das in meinem Gameplay irgendwie mit unterzubringen. Weil es machen ja schon viele Leute. Es ist halt nur nicht mein persönliches Ding, was ich machen würde. Aber wie gesagt, ich finde es cool, dass es wieder ins Spiel reinkommt. Ich weiß halt nur gerade nicht. Also Engagement Dinner finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich weiß... Was heißt Rehearsal? Das ist immer das Problem, dass die ganzen Sachen... Dass die ganzen Sachen immer auf Englisch geleakt werden. Probe. Hmm. Okay. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was die genau damit meinen, though. Aber wir werden schon herausfinden, was das heißt. Ich bin so gespannt auf dieses Pack. Es kommt in anderthalb Wochen, glaube ich, ne? 17. Februar soll es kommen. Das ist mal wieder was, worauf ich mich so richtig, richtig, richtig freue. Not gonna lie. Bring your plans to life. Oh. Man kann halt dann anscheinend richtig einstellen, wie man heiraten möchte. Also was für ein Gewand. Das Menü, die Dekoration und wie es ablaufen wird. Oh mein Gott. Wenn das hier wirklich so... Also wenn man wirklich so viel machen kann, wie das hier steht. Also wenn man das wirklich alles halt so entscheiden kann, dann wird das... Dann wird das wirklich cool. Visit locations created by community staff. Ask your sims sample cakes, choose the flowers and adjust the traditions that will make the wedding day more special. Das klingt so wundervoll. Ich bin so ready. Vielleicht gibt es dann ja sogar einen richtigen Grundstückstyp, der halt irgendwie Hochzeitslocation heißt. Das wäre ziemlich cool. Weil manchmal lädt man Sachen runter und dann kann man die nicht benutzen, weil die irgendwie anders benannt wurden. Und keine Ahnung. Aber so ist es, so ist es wundervoll. Aber wenn Rehearsal, wenn das Probe heißt, ein Probendinner, was heißt das, werden wir neue Ringe bekommen. Und wenn man heiratet, kann man dann irgendwie einstellen, dass die Sims dann wirklich immer Ringe tragen. Das wäre super süß. Wäre aber auch okay, wenn es nicht käme. Weil man kann es ja einfach selber im Creative Sim dann einstellen. Aber wir haben nur so wenig Ringe. Deswegen hoffe ich, dass zumindest ein paar neue Ringe kommen werden. Okay, also es wird quasi geübt, bevor die richtige Hochzeit startet. Okay, also macht das mit der Probe vielleicht doch Sinn? I don't know. Serving tea to the family or go straight to the reception. Oh. Oh, Leute, die da sind, können invited werden, um mit denen zu tanzen. Süß. Cut the cake, das ist ja sowieso schon im Spiel. Oh, man kann reden halten und Glückwünsche bekommen. Oh, wie süß. Ja, I love it so much. Wir müssen uns jetzt die Screenshots angucken. Ich habe die schon gesehen. So, am 17. kommt das raus. Hier steht das auch nochmal. Und das sind so die Screenshots, die bisher so geleakt wurden. Die finde ich auch sehr, sehr spannend. Also die Sachen, die man hier so sieht, wie die ganzen Sims aussehen, also die Kleidung und so. Es wird wahrscheinlich sehr viel Kleidung kommen. Finde ich sehr, sehr schön. I love it very much. Und ich finde es sehr spannend, dass die hier so hinlaufen, weil das ist ja ein Screenshot so. Das heißt, das müsste ja dann so im Spiel auch stattfinden. Das heißt, wir müssen dann ja irgendwie in irgendeiner Form, entweder ist das hier als Teppich so quasi ein Objekt, was man dann platzieren kann. Oder es ist halt so ein unsichtbares Objekt, was man platzieren kann, dass die dann da so lang laufen können zum Altar. Und das finde ich so süß auf jeden Fall. Also egal, was es ist. Also die Sims werden ja dann irgendwie da hinlaufen können. Und das sieht schon so schön aus. Das ist das, was ich gebraucht habe. Anstatt dieses, oh, wir rennen zum Altar und hoffen, dass irgendwelche Leute zugucken. Weil, dass die Leute hier so zuschauen. Vielleicht bleiben sie dann ja wirklich mal sitzen. Das wäre tatsächlich ziemlich cool. Und die reagieren ja auch alle anders. Das finde ich auch sehr spannend. Also, weil sie zum Beispiel ist null amused. Und sie ist auch schockiert. Aber so, die freuen sich so. Deswegen, also, ist sehr spannend. Ich hoffe halt, dass es dann wirklich so wird, wie man sich das jetzt wünscht. Und dann der nächste Screenshot ist auch sehr schön. Also, die bringen halt einen Toast aus. Okay. Wir kriegen ja anscheinend nochmal so einen Buffet-Tisch anscheinend. Dann wird Luxusparty halt noch ein bisschen unnötiger, bin ich ehrlich. Also, aber it's fine. Also, und die Sachen, das sieht auch so schön aus mit den Blumen und so. Und wie gesagt, das hier ist definitiv nicht Sulani. Und warum sollten sie es auch, selbst wenn, in Sulani platzieren, wenn das halt eine Expansion-Pack-Welt ist, so? Aber sie tanzt auf jeden Fall auch ein bisschen anders anscheinend. Das ist auch spannend. Vielleicht gibt es neue Arten zu tanzen. Fände ich sehr, sehr spannend. Not gonna lie. Und ich hoffe, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass man halt wieder langsam miteinander tanzen kann. Also, halt wirklich so zusammen. Und nicht nur dieses, man kann die zwar einladen, zusammen zu tanzen, aber dann tanzen die halt dieses... Und also, es wäre schön, wenn das halt so wäre, dass man halt wirklich zusammen tanzen kann. Also, wirklich langsam auch tanzen kann. Das wäre sehr, sehr toll. Und dann das hier. Also, dass es halt auch ein bisschen mehr Hochzeitsmöglichkeiten gibt für andere Kulturen, weil das ist jetzt ja nicht typisch Deutsche oder was auch immer. Das finde ich sehr, sehr schön, dass man halt dann auch verschiedene Kulturen wieder mit einbringt, wie sie heiraten. Ganz toll. Also, mir gefällt das richtig, richtig gut. Oh! Und dieses, also allein für, 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 wie auch immer man das nennt, das, das, das sieht, wow, das sieht so wunderschön aus. Oh mein Gott. Bin so excited. Oh mein Gott, den Screenshot hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist ein offizieller neues... Das wurde geupdatet, stand da eben auch, ne? Oh mein Gott! Hier steht, a whole new beach world, by the way. Also, es ist wirklich ne neue Welt. Und man scheint wirklich einen Strauß kaufen zu können und anscheinend halt auch bei einer Bäckerei Kuchen so probieren zu können, um zu entscheiden, was für einen Kuchen man möchte. Oh mein Gott, wie süß! Oh mein Gott, ich lieb's, dass es dann so richtig so Vorbereitungen gibt. Oh mein Gott, ich muss an meiner privaten Legacy vielleicht wirklich nochmal warten, bevor die heiraten. Also, ich muss erst warten, bis dieses Pack rauskommt, bevor die heiraten können. Weil ich bewusst sein wirklich, dass so, ausleben könnt, wo ihr... Oh mein Gott, süß! Ich lieb's so sehr! Ja genau, das New Piano, also das neue Klavier, das hab ich auch schon gesehen im ersten Screenshot hier hinten. Das hat Les Himsie auch schon gesagt, deswegen. Und das hier, also diese ganzen Objekte, die sehen alle wunderschön aus, wirklich. Und ich finde, vieles kann man vielleicht auch so normal benutzen, so. Aber egal! Also, ich find's ganz toll. Ich bin sehr excited. Ich bin gespannt, freut ihr euch darauf? Werdet ihr euch das kaufen? Also, oder wartet ihr noch ein paar mehr Neuigkeiten ab? Also, ich kauf's mir definitiv, auch wenn ich gerade kein Geld habe. Aber ich kauf's mir trotzdem. Ich lieb's einfach so sehr, Leute! Ich bin super glücklich, dass das kommt. Es ist, es wird so schön. Es wird so schön, Leute! Also, ich bin richtig excited und ich hoffe, ihr seid es auch. Und wenn nicht, könnt ihr mir ja sagen, warum. Und ihr könnt ja auch sagen, was so eure Wünsche wären für dieses Pack. Ich bin super gespannt, was kommt und ich freu mich einfach. Ich bin richtig glücklich. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!